Ein neues Wort Gottes aus der Heiligen Schrift für euch und für heute. Und in Hesekiel 3, in den Versen 16 bis 19 steht, geschrieben, Du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt, über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Munde das Wort hören und sollst sie vor mir warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen von seinem gottlosen Wege zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben. ein neues Wort Gottes aus der Heiligen Schrift für euch und für heute. Amen.